so und dann würde ich hier nochmal sagen speichern gesichert so und wo ist der andere jetzt der müsste ja da sein genau also du kannst dahin dann würde ich zu dir sagen auf schiff geld so das geht nicht mehr weil wir voll sind okay dann würde ich da mal ein bisschen platz machen oh ja da machen wir hier ein paar mauern weg wir reißen mauern ein trender menschen das ist nicht gut da 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 ok so dann würde ich euch mal sagen macht mal eine formation oder nicht so dann kannst du mal darüber fahren dann würde ich mal hier einen kanonier hin tun so der macht jetzt mal ein paar bäume weg und räumt sich wieder ein so dann kommen schon wieder die lustigen kanoniere sehr schön wunderbar so 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 Sehr schön. Die sind schon unterwegs, ne? So, wo sind die ganzen Soldaten? Da sind die ganzen Soldaten. So, wir speichern schnell. Genau, lasst eure Soldaten zu mir kommen. Da, 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 da. Das war's für heute. Super. So, gibt es da noch Leute unterwegs irgendwo? Sind da noch irgendwo Soldaten? Ich sehe gerade... Ah, sie bauen neue. Sie bauen beständig neue. So, dann würde ich doch mal den einen nehmen. Den da, genau. Du kannst mal die anderen abholen. Oh, und dann können wir eigentlich... Ah, da sind ja auch noch welche fertig. Super. Okay, dann würde ich noch mal speichern. Und dann würde ich doch mal... Bist du schon unterwegs? Nein. So, du bist da oben. Du kannst dich reparieren lassen. So. Und du? So. Das war's. Sehr schön. Okay, dann können wir euch wieder rauslassen. Und wieder einladen. Hier, dicht da. Einladen. Sind wir wieder voll? Ja, sind wir wieder. Okay, du kannst auch wieder nach Hause. Können wir wieder hier unten hin. So, und ihr hier. Hier. Wunderbar. Können wir dich auch mal nach Hause schicken. Und dann würde ich hier nochmal speichern. Gesichert. Dann würde ich sagen, zu euch hier. Wunderbar. So. Eines eurer Schiffe wird angegriffen. Ah, der Turm da oben ist echt nervig. Ein Schiff wurde repariert. Das. 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 Oh. Geh mal, wunderschön! so daran noch die schule weg machen warum kommt der nächste kann und hier galgen wir ziehen uns zurück und stürzen uns auf den kanonieren ja den arzt auch beseitigen so wir ziehen uns hier wieder zurück und auf den kanonieren so dann räumen wir hier wieder die dorfhaus im weg so die einzige frage die sich mir jetzt hier gerade stellt ist nee komm wir gehen hier wieder aufs schiff so ein schiff wurde repariert das heißt dich könnten wir reparieren du bist wieder die Mephisto du kannst wieder runter so dann will ich nochmal speichern gesichert so ihr könnt euch hier austoben du bist repariert und du kommst runter aber ich hatte doch drei Einser wo ist denn der andere den hab ich doch nach hause geschickt hm sehr seltsam bist du noch unterwegs bist du noch unterwegs so ok also was ich eigentlich noch machen wollen würde wäre die kasane ausrocknen so hier spielstand gespeichert speichern hier nochmal und nehmen jetzt den auskommen hier bitte schiffsreparatur beendet piraten haben das feuer eröffnet sag mal endlich so und das muss ich mir jetzt angucken dreckspiraten ok der muss repariert werden schiffsreparatur beendet der kann wieder runter und der muss repariert werden ok also der baut gerade kanoniere bis zum abwinken deswegen will ich das eigentlich beenden darum machen wir jetzt die mauer hier weg cool super cool Super! Dann machen wir vielleicht noch die Mauer hier weg. Machen wir noch die Mauer weg. Wunderbar. Okay. Da kommt ein Kanonier angelaufen. Gesichert! Perfekt! So, wo habe ich denn meine Kameraden? Da nicht, da nicht, da nicht, da nicht, da! Super! Okay. Also, dann könnt ihr alle raus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die Bürger eures Reiches verehren euch. Ein Denkmal soll eure Stadt zieren. Ja, das ist ja ganz toll gelaufen hier grad. Ein Schiff wurde repariert. So, dann darfst du dich wieder reparieren. Du kannst wieder nach unten. Hast du noch eine Kaserne irgendwo, oder wie? Offenbar. Oder auch nicht. So, also. So, was ist mit dir? Hast du eine Route? Nein. Was ist mit dir? Hast du eine Route? Nein. Nein. So, dann darfst du mal nach Hause, bitte. Und... Ah, ich hatte schon wieder Angst. Speichern schnell. Gespeichert. So. Du kannst mal da hin. Genau. Können wir euch sagen, alle hier rein. Du... Kannst nicht da rein. Und dann... Und dann flitzen wir mit dir... nach da. Und dann mischen wir mal von da hinten auf. So. Können wir mit euch eigentlich dich angreifen? So. Können wir die Kirche da wegmachen? Die Kirche da wegmachen. Die Kirche da wegkombine kommen. Dä... Spielstand gespeichert. Die... So, dann... Ein Schiff wurde repariert. Dann kannst du ja wieder... auf die Route gehen. und du kannst dich reparieren lassen.